Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal RobinsFinanzWelt. Heute habe ich für euch die HelloFresh Aktie für euch dabei. Es ist ganz, ganz lange her, wo ich sie mal hier auf meinem Kanal relativ am Anfang mitgebracht habe. Ja, hier ist aber jetzt wirklich einiges passiert und sie ist extrem gefallen, die Aktie. Und jetzt geht es ein bisschen um die Frage, geht das Wachstum weiter oder passiert hier jetzt wirklich ein massiver Einbruch? Auf das möchte ich eingehen, was auch hier so ein bisschen der Ausblick von der Geschäftsführung ist für die nächsten Jahre und ob hier Wachstum weiter stattfindet, was auch mit dem Kurs aktuell los ist und wir schauen uns so ein bisschen die wichtigsten Finanzdaten zusammen an. Das ist natürlich wie immer kurz, kompakt und knapp für euch zusammengefasst und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt hier auch direkt. Ja, und wie ist so ein bisschen eben der Ausblick hier von HelloFresh? Man muss ganz klar sagen, während der ersten Corona-Welle, die von Lockdowns natürlich und Schließungen von Restaurants ganz krass geprägt war, hat HelloFresh ganz stark profitiert. Allgemeine Essenslieferungen, die vor die Haustür gingen und auch das vergangene Jahr lief natürlich nicht schlecht, obwohl da ja schon wieder mehr Lockerungen da waren, wenn man sich mal so die nackten Zahlen anschaut. Der Umsatz ist 2021 um über 60% auf insgesamt 6 Milliarden Euro gestiegen, das ist schon gigantisch und im Schlussquartal hat hier HelloFresh ein anhaltendes Kundenwachstum in den beiden Segmenten USA und International verzeichnet und insgesamt hat hier HelloFresh im vierten Quartal 2021 7,2 Millionen aktive Kunden gezählt. Das ist wirklich sehr, sehr stark und das Jahr 2021 war somit ein weiteres erfolgreiches Jahr, das vor allem durch Wachstum und auch Expansion bestimmt war und daran wollen sie auch festhalten. Man ist in beiden Segmenten trotz eines schwierigen Vergleichsjahres, nachdem eben 2020 natürlich ein sehr, sehr geprägtes Jahr eben war, wo man deutlich gewachsen ist, trotzdem sehr stark gelaufen letztes Jahr. Ja und jetzt eben alles in allem das Wichtigste, wie geht es mit dem Ausblick von HelloFresh weiter, also hält das Wachstum an? Derzeit sind ja eher Corona-Lockerungen anstatt weitere Lockdowns angesagt, was ja grundsätzlich sehr, sehr gut ist, was uns auch mal wieder gut tut. Das dürfte natürlich keinen allzu positiven Impuls zumindest für die Aktie bedeuten, weil ja Restaurants und Co. wieder geöffnet haben und man wieder, oder die Leute, wir wollen ja wieder vor die Tür und rausgehen und somit geht man auch wieder mehr einkaufen, holt sich vielleicht gewisse Dinge selber, aber ich würde es deswegen nicht unbedingt gleich als schlecht betiteln, aber wie gesagt natürlich keinen positiven Impuls. Aber, und das ist jetzt das Wichtige, das Unternehmen will weiterhin stark in langfristiges Wachstum investieren und dabei fokussiert sich HelloFresh auf die Fortführung des laufenden Ausbaus der Produktionsinfrastruktur, sowie auch auf die Stärkung der Daten- und Technologieplattformen. Also man möchte technologisch einfach dem Fortschritt weiter mitgehen. Und um langfristig weiterzuwachsen, möchte ich hier HelloFresh neue Länder und Marken erschließen und auch da weiter ausbauen. Und im laufenden Jahr rechnet hier die Gruppe mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum in der Spanne von 20 bis 26 Prozent. Das wäre sehr, sehr stark, ein guter zweistelliger Bereich. Und das EBITDA, also um Zinsen und Steuern und Abschreibung bereinigte Betriebsergebnis, das wird mit 500 bis 580 Millionen Euro erwartet. In 2021 mal zum Vergleich war das EBITDA bei 527 Millionen Euro ungefähr. Ja, und eine der großen Fragen ist auch, ob HelloFresh einen sogenannten Burggraben besitzt. Also so ein bisschen sozusagen den Schutz durch ein Alleinstellungsmerkmal. Man muss klar sagen, auch andere etablierte Unternehmen könnten einen Lieferservice für Kochboxen anbieten und in den Wettbewerb eintreten. Aber die Basis von zuletzt eben über 7 Millionen aktiven Kunden spricht für das Unternehmen. Natürlich werden die Lockerungen das Ganze, wie gesagt, jetzt nicht gerade fortführen, aber sie wollen weiterhin Wachstum das Ganze ausbauen. Und um auf die Grundfrage am Anfang einzugehen, Wachstum oder Einbruch, für mich ganz klar Signal auf Wachstum. Natürlich muss man sich jetzt auf Kursschwankungen einstellen, beziehungsweise auch auf vielleicht nochmal kleine Einbrüche. Es ist schwer voraussehbar, aber langfristig gesehen sollte hier die Richtung stimmen, weil es natürlich trotzdem eine coole Sache ist. Ich habe selber HelloFresh auch schon ausprobiert, bin mega begeistert und es sind ja doch dann auch immer Rezepte dabei, wo man sagt, macht man vielleicht selber nicht und es ist ja abgezählt alles dabei. Ich finde es eine richtig, richtig tolle Sache und wie gesagt, wir nutzen es selber und man kennt auch sehr, sehr viele, die es nutzen. Ich glaube, der Nutzerstamm wird sich auch eher erweitern und ich finde 7 Millionen ist schon eine Ansage, muss man sagen. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht HelloFresh auch selber nutzt einfach, einfach schon mal so als Verbraucher und ob ihr natürlich auch die Aktien in eurem Depot habt, vielleicht auch jetzt zu diesen Kursen zugekauft habt. Da gehen wir jetzt drauf ein, wir schauen uns jetzt erstmal so ein bisschen die Finanzdaten an. Der Umsatz dieses Jahr soll eben so bei 7,4 Milliarden Euro liegen, wie wir gerade auch schon gesehen und gesagt haben. Nächstes Jahr soll der Umsatz dann schon bei 8,6 Milliarden liegen, also sie wollen eben hier weiter ins Wachstum hier investieren. Das Nettoergebnis soll dieses Jahr bei 228 Millionen liegen und nächstes Jahr bei 354. Nettoliquidität haben wir auch vorhanden, also keine Nettoverschuldung. Ist schon mal sehr, sehr stark. Mit 317 Millionen planmäßig dieses Jahr und nächstes Jahr fast oder sogar mehr als das Doppelte mit 661 Millionen. Die Marktkapitalisierung liegt hier bei 6,8 Milliarden und das Streubesitz liegt hier ungefähr bei 92%. Das mal so zu den wichtigsten Finanzdaten, kurz und knapp. Und dann springen wir auch schon rüber zur Aktie. Hier haben wir eben ganz, ganz klaren Abwärtstrend, muss man wirklich sagen. Wir hatten hier einen Tief bei 34,91, also so um die 35 Euro. Davon konnte man schon wieder ein ganz gutes Stück lösen. Wir stehen jetzt hier um die 40 Euro. Ein Minus am Freitag von 2,5 Prozent am letzten Handelstag. Stehen unter 50 und unter 200-Tage-Linie aktuell. Und das absolute Jahreshoch war hier bei 95,94, also so nahe der 100-Euro-Marke. Und allein dazu hätten wir hier jetzt eine Kurschance von über 120, 130 Prozent, was natürlich gigantisch ist. Und ich traue Ihnen aber sehr, sehr viel zu für die Zukunft. Vielleicht kommt auch mal eine nette Dividende dazu. Das wäre ja auch noch so ein bisschen Ausblick auf die Zukunft, auf was man spekulieren kann. Aber für mich jetzt eher noch so ein wachstumstreibender Titel. Und ja, ich bin einfach gespannt, wo die Reise hingeht. Zutrauen würde ich, Sailor Fresh. Also für mich kreise ich eher das Thema Wachstum ein, nicht Einbruch. Einbruch, ja, ist aktuell passiert. Aber um das Ganze auf die Zukunft zu projizieren, stehen für mich die Zeichen auf Wachstum. Auch, weil das Ganze hier die Geschäftsführung auch möchte und will und weiter expandieren will. Ja, das sind eigentlich mal so die wichtigsten Daten. Und das war es jetzt eigentlich soweit auch schon von meiner Seite. Und wenn euch mein Video, mein Kanal jetzt gefallen hat, dann drückt doch an dieser Stelle gerne den Abo-Button und aktiviert die Glocke, um hier keine Aktie und keine News mehr zu verpassen. Und wer jetzt noch interessiert, ich habe einen zweiten Kanal eröffnet. Hier geht es rein um das Thema Online-Geld verdienen. Werde ich euch unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Gerne mal reinklicken, wenn es euch interessiert. Hier geht es eben rein um die Themen zum Beispiel mit Social Media Geld zu verdienen, Online-Geld verdienen, Affiliate-Marketing mit Websites, Apps und vielen, vielen Dingen mehr. Immer spannende Themen, jede Woche für euch dabei. Auch da natürlich gerne mal vorbeischauen. Seid ihr herzlich eingeladen, würde mich mega freuen. Ja, und das war es jetzt soweit von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!